Hallo ihr Lieben, es ist wieder Urkatzel Wintertail Zeit und ich möchte heute die übrigen Crazy Craft Challenge Jungle Karten in meinen Signaturen unterbringen. Zwei Stück hatten wir schon eingebaut in einer Signatur und heute möchte ich die letzten vier eigentlich unterbringen. Ich werde jetzt auch gar nicht groß viel reden. Ich werde einfach vor mich hin basteln. Ich habe Bock darauf, mir wieder ganz still vor mich hin zu basteln, ohne zu reden und ich lasse auch die Kamera mitlaufen, damit ihr einfach ein bisschen mitschauen könnt, wie so der kreative Prozess bei mir so vonstatten gehen kann. Das heißt nicht, dass er immer so ist, aber heute habe ich mal Bock darauf, einfach so ein bisschen in diesen kreativen Flow hineinzukommen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und ich höre jetzt einfach auf zu reden und die Geräusche sprechen ja eh für sich selbst. Sollte die Katze vorbeikommen, kann es natürlich sein, dass ich das Video kurz anhalte und die Katze geht dann natürlich vor. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, das Ergebnis wird euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Moin war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Es war ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich hoffe, es war nicht drei Stunden lang, aber wenn doch, dann müsst ihr es halt aushalten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!